Axel und Lucy sprangen durch den Raum. Es schepperte, es flogen Gegenstände. Überall gab es unglaublichen Krach. Die Nachbarn fragten sich, was für eine Schlammschlacht dort stattfinden würde. Man wusste es nicht genau. Doch Lucy hatte einfach schlechte Laune. Sie war den Tag über nicht gut drauf gewesen und hatte sich schrecklich mit ihm geärgert. Sie hatten sich gestritten, sie waren sich uneinig. Nach stundenlangem Hin und Her, fliegenden Tazen, fliegenden Tellern und Ärger im Wohnzimmer, saßen sie an verschiedenen Enden der Wohnung und sprachen nicht mehr miteinander. Die Mitochondrien pulsierten und pumpten die Energie zurück in den Körper. Der Zellkern, er sagte, was er musste. Sie saßen dort und diese Anspannung, dieses Adrenalin, diese Wut aufeinander. Was sollten sie damit nur anfangen? Irgendwann ging Lucy rüber zu ihm, zog sich aus, setzte sich auf einen Schoß und sagte, wenn wir uns schon streiten, sollten wir die Energie, die uns die Mitochondrien zur Verfügung stellen, wenigstens an einer positiven Ecke nutzen. Lass sie uns ausleben. Sie hatten viel Spaß miteinander, der Streit war verflogen. Und so haben wieder einmal die kleinen energiespendenden Zellen den Tag gerettet.